Tiefsani sorgt ordentlich für Wirbel, denn dieses Tiefdruckgebiet sorgt dafür, dass das nächste Chaos ansteht. Und die Rede ist diesmal vom gefrierenden Regen oder umgangssprachlich auch ausgedrückt Blitzeis, was uns da bevorsteht. Und das Tiefdruckgebiet liegt am Dienstag knapp westlich von Deutschland, wird dann über Deutschland am Mittwoch liegen und vermischt dann auch die Luftmassen. Dann gibt es Schneeregen, Schnee, den normalen Regen, aber teilweise auch den gefrierenden Regen. Und genau der breitet sich in den kommenden Stunden weiter in Richtung Osten aus, wird dann vermutlich auch vor allem Franken betreffen in den frühen Morgenstunden mit dem gefrierenden Regen. Dahinter wird es milder, dann fällt nur noch der normale Regen und ansonsten davor ist es der Schnee. Temperaturen dazu häufig im Minusbereich. Kein Wunder also, dass der Spiegel glatt wird auf den Straßen, wenn es dann regnet. Und wir fassen es mal kurz noch zusammen. Also heute Nacht von Hessen runter in Richtung Franken bis nach Ostwürttemberg und Schwaben die größte Gefahr der Glatteissituation. Und am frühen Morgen wandert die Zone dann aber unter Abschwächung schon in Richtung Nordosten. Also dann noch der gefrierende Regen am Morgen. Das Ganze geht dann mehr und mehr in Schnee über. Im Norden schneit es dann eh. Hier gibt es wieder einige Zentimeter Neuschnee. Dementsprechend auch die Glättegefahr im Süden ist weniger los. Hier zeigt sich auch mal ein bisschen die Sonne. Die Temperaturen, Dauerfrost im Nordosten und im Südosten, sonst wird es schon deutlich milder mit 7 bis 9 Grad. Am Mittwoch gibt es dann richtiges nasskaltes Wetter. Schnee, Regen, Schnee und Regen wechseln sich ab. Am mildesten wird es wieder im Westen mit 6 oder 7 Grad plus. Und zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Dann wird es gerade im Süden wieder kälter. Dafür hält sich aber der Hochnebel wacker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017